Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 Vizity Im letzten Part stehen wir bei dem FCW Tag Team Championship Match Ein Tornado Tag Table Match zwischen den FCW Tag Team Champions The Real Americans gegen The Shield Mal sehen wer das Match gewinnen wird Ob es The Real Americans schaffen ihren Team zu behalten Denn im Moment in den ganzen 2 Matches die es schon gab Da hatten ja die Champions Also erst die ECW Tag Champions und Mick Foley der ECW World Champion Die beiden hatten ja da ihren Ziel verteidigt Und Roman Reigns fliegt erstmal zum Tisch Und zack Und Samoan Drop Roman Reigns nimmt erstmal den Tisch und schlägt damit an Antonio Cesaro Jetzt schlägt der hier auf Jack Swagger ein aber da gibt's den Low Blow Roman Reigns hat gesagt er ist die Lösung für Injustice hier in der WWE Powerbomb Man muss ja jeder auf den anderen aufpassen denn er ist nicht Elimination Nachher Elimination regeln Das ist einmal der Tischschrotz Dann ist es zu Ende Die Jumping Clothesline Und Catapult Spear Und Catapult Spear Was denn Catapult Spear gegen Jack Swagger Und ja falls ihr mal Also ich glaube Zu dem Zeitpunkt ist schon ein Reelive Video hochgeladen worden Wenn nicht dann Ja Wird ja immer auf Twitter und so Und Facebook angekündigt Wenn ihr mal ein Reelive Video sehen wollt Wie auch immer Dann ja Gibt einfach auf meinen Kanal ein Bei der Suche da kann man ja Ähm immer so ne Suche da eingeben Und dann Ist da immer so Zum Beispiel gibt jetzt Reelive ein Dann Kommt jetzt das was alles im Tier steht Reelive Und dann gibt einfach mal Ein falls den Reelive Video sehen wollt Gibt einfach dann mal Reelive ein Denn dann kommt Auf jeden Fall eins Also Dann Kommen dann die ganzen Reelive Videos Ob es dann schon eins ist weiß er nicht Und Belly to Belly Die Jumping Clothesline Und was macht Roman Reigns jetzt? Die Powerbomb! Da wär sogar Fast Der Tisch drauf gegangen Und jetzt geht's für Roman Reigns dagegen Die Powerbomb! Die Powerbomb! Die Powerbomb! Woll abgebrochen Die Powerbomb! Jetzt Die Powerbomb! Antonia ist mal zu Boden gestreckt der Speer someone drop belly to belly und Roman Reigns muss ja auf jeden aufpassen jumping close line er räumt hier förmlich auf Speer ja Schilds Schilds sind neue FCW Tag Team Champions dann nochmal die jumping close line sieht man nochmal die jumping close line ne doch nicht da sieht man aber den Speer wie Roman Reigns den Titel sich geholt hat und hier sind unsere neuen FCW Tag Team Champions und Thad Rollins Sack Rollins Schilds haben den Titel sich geholt und wir sehen uns im nächsten Part wieder Cholotin Ho3